Unter Kaiser Wilhelm II. sollte sich sowohl die Innenpolitik als auch die Außenpolitik des Deutschen Kaiserreiches wandeln. In diesem Video wollen wir uns mit der Innenpolitik befassen. Wer sich für die Außenpolitik interessiert, den verweise ich auf die Verlinkung unten in der Beschreibung. So, wir schauen zunächst einmal nochmal auf das Ende von Bismarck. 1888 kommt es zum sogenannten Dreikaiserjahr. Wilhelm I. verstirbt und dessen Sohn Friedrich III. kurz darauf im Juni. Und so wird der Enkel von Wilhelm I. am 15. Juni 1888 Kaiser. Und das ist Kaiser Wilhelm II. Es kommt aber zum Konflikt zwischen Otto von Bismarck und Kaiser Wilhelm. Otto von Bismarck wirft dem Kaiser vor, eben zu unerfahren zu sein und eben in manchen Dingen eine falsche Haltung einzunehmen. Und Kaiser Wilhelm II. will Otto von Bismarck am liebsten loswerden. Und wirft ihm eben auch vor, aufgrund seines Alters gar nicht mehr zeitgemäße Politik zu betreiben. Otto von Bismarck war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon Ende 70. Aber im Grunde war das eben nur ein Argument, um zu versuchen, Otto von Bismarck loszuwerden. Bismarck versucht und wagt dann die Machtprobe und er versucht, ein unbefristetes Sozialistengesetz durchzubringen. Allerdings führt das zum Ende seiner Kanzlerschaft. Und das liegt zuallererst auch daran, dass Wilhelm II. eigentlich eine Versöhnung mit den Sozialdemokraten haben wollte. Und das ist eben das, was ich sagte. Es kommt eben zum Konflikt dieser beiden Personen. Der Reichstag verweigert dieses Sozialistengesetz und so muss Bismarck zurücktreten am 18. März 1890. Und dessen Nachfolger wird dann Leo von Caprivi, ein, was die Politik betrifft, sehr unerfahrener Mann. Unter ihm kam es dann zum sogenannten Neuen Kurs. Wie gesagt, Kaiser Wilhelm II. hatte ein Interesse an der Aussöhnung, vor allen Dingen eben mit der Arbeiterschaft. Und so gibt es jetzt eine Reihe von Arbeitsschutzgesetzen, 1890 bis 1891. Das umfasste beispielsweise, dass es keine Sonntagsarbeit mehr geben dürfe, keine Kinderarbeit. Das betraf alle unter 14 Jahren. Für die Jugendlichen, also die über 14-Jährigen bis zum Erwachsenenalter, für die wurde die Arbeitszeit täglich auf maximal 10 Stunden beschränkt und Frauen dürften maximal 11 Stunden arbeiten. Zugleich wurden in den Jahren 1891 bis 1893 diverse Handelsverträge geschlossen, die eben zur Sicherung des Exportes dienten. Allerdings verfehlt Wilhelm II. sein Ziel, die SPD und die Arbeiterschaft zu trennen. Das war eben der Versuch gewesen hinter diesem Neuen Kurs. Es ist eben so, dass die Arbeiterschaft und die SPD deswegen noch immer zusammenhalten, weil eben eine mangelnde Integration beider Gruppierungen stattfindet. Es ermangelt in erster Linie an mehr Demokratie und deswegen war eben jeder Kurs dieser Art, die der Kaiser eingeschlagen hat, wirkungslos. Und somit wird dann auch Capribi entlassen und dessen Nachfolger wird Clodwig zu Hohenlohe Schillingsfürst, ein auch schon älterer Herr. Und unter seiner Kanzlerschaft ging es jetzt eben um andere Zielsetzungen in der Innenpolitik. Beispielsweise ging es um ein Umsturzgesetz, das richtete sich jetzt wieder gegen die Sozialdemokratie. Allerdings wurde es abgelehnt. Dieses Umsturzgesetz sah vor, eben vorgehen zu können, wenn die Verfassung umgeworfen werden sollte, eben mit Blick auf die SPD, die ja im Grunde gegen diese monaschistische Staatsordnung war. Und eben dieses Umsturzgesetz sollte auch Eingriffe in die Pressefreiheit zulassen, aber das Gesetz, wie gesagt, wurde abgelehnt. Auch abgelehnt wurde die sogenannte Zuchthausvorlage. Diese sah wie folgt aus, dass es schärfere Strafen geben sollte, wenn arbeitswillige Arbeiter von Streikenden zum Streik gezwungen werden, der sogenannte Koalitionszwang. Also das heißt, diejenigen werden stärker bestraft, härter bestraft, die jetzt arbeitswilligen Arbeiter vom Arbeiten abhalten. Also das war konkret gegen eben Gewerkschaften und gegen die Sozialdemokratie gerichtet. Aber beide Gesetze werden abgelehnt, insofern ändert sich nichts. Und so kommt es jetzt zu einem erneuten Kanzlerwechsel. Bernhard von Bülow wird von 1900 bis 1909 Reichskanzler des Deutschen Kaiserreiches. Unter seiner Kanzlerschaft kommt es zunächst einmal zu neuen Zolltarifen. Das war eben nötig geworden. Und wichtig für seine Kanzlerschaft ist dann zunächst einmal der 2. August 1906, denn in den Kolonien kam es jetzt zu Aufständen, vor allen Dingen in Deutsch-Südwestafrika. Da kommt es zum Aufstand der Hereros und der Nama. Und man kämpfte eben dort gegen diese Einheimischen, das verschlang eine Menge Geld. Und so brauchte die Regierung eben nochmal 29 Millionen Reichsmark extra. Und wie das nun mal ist, im Deutschen Kaiserreich muss der Haushalt eben vom Reichstag genehmigt werden. Am 13.12. desselben Jahres allerdings lehnt der Reichstag mit einer knappen Mehrheit nach hitziger Diskussion und Debatte diesen Nachtragshaushalt ab. Und daraufhin wird der Reichstag aufgelöst. Und es wird Wahlkampf gegen SPD und Zentrum gemacht, denn diese beiden haben sich zusammengetan und stimmten gegen eben den Nachtragshaushalt. Zu der Zeit hatte die SPD 81 Sitze im Parlament und das Zentrum 100. Und damit hatten sie eben eine Mehrheit zusammen. Die Reichstagswahl wird eben aufgrund der Begründung eben auf diesem Konflikt in der Kolonie auch Hottentottenwahl genannt. Das findet man dann eben in zeitgenössischen Texten vor allen Dingen. Und eines der Ziele war eben, die SPD zu schwächen. Das funktioniert. Das andere Ziel, die Zentrumspartei zu schwächen, das wurde nicht erreicht. Das wurde verfehlt. Die SPD verliert 38 Sitze und hat nur noch 43 erhalten. Das Zentrum nimmt sogar zu, 5 Sitze und erhält 105. Allerdings, am Ende geht der Plan von Bülow auf, denn der sogenannte Bülow-Block erhält 220 Sitze und damit eben die Mehrheit im Parlament. Dieser Bülow-Block nur zum Verständnis war eine Zusammensetzung aus den Konservativen, aus den Nationalliberalen und aus den Linksliberalen. Und vor allen Dingen eben das Zusammenkommen mit den Linksliberalen macht dieses Bündnis eben zu etwas Besonderem, denn vorher waren Konservative und Nationalliberale schon sowieso mit verbunden und eben unter Bismarck beispielsweise die Parteien, die ihn unterstützt haben. Gut, Bernhard von Bülow stolpert dann über die sogenannte Daily Telegraph-Affäre. Und zwar war das ein Interview, das veröffentlicht worden ist des deutschen Kaisers mit einem englischen General und in diesem Interview hat der Kaiser sich geäußert dazu, dass er es gewesen sei, der es verhindert habe, dass es in Europa eine Vereinigung, ein Bündnis gegen England gegeben habe und er sei es unter anderem auch gewesen, der zum Erfolg beim Burenkrieg beigetragen hätte, weil er Königin Victoria eben einen guten Schlachtplan übergeben hätte. Also es waren eben Dinge, die so nicht an die Öffentlichkeit geraten dürften, vor allen Dingen, weil sie auch in England nicht gerade zu Jubelstürmen geführt hat. Und Bülow war eigentlich derjenige, der es verhindert hätte können, dass dieses Interview veröffentlicht wird. Das war schon ein Fehler, dass also Bülow nicht ordentlich die Sachen gelesen hatte. Das zweite Problem war, dass von Bülow ihm auch noch öffentlich in den Rücken fällt. Und somit war eben von Bülow nicht mehr haltbar. Und deswegen kommt es zu einem weiteren Kanzlerwechsel. Theobald von Bethmann-Hollweg wird 1909 neuer Reichskanzler und sollte es dann bis 1917 bleiben. Unter ihm scheitert zunächst einmal eine Verfassungsreform in Preußen, vor allen Dingen, weil eben in Preußen die Konservativen sehr stark sind. Und am 12. Januar 1912 bei den Wahlen zum Reichstag schafft es die SPD stärkste Fraktion zu werden mit 110 Sitzen. Das Zentrum erhält 91 Sitze und beide zusammen eben, also man kann jetzt im Vergleich zum eben gesehenen Reichstagswahlergebnis sehen, dass ein deutlicher Linksruck in der Gesellschaft zu sehen ist. Dennoch, wir befinden uns in der Vorphase des Ersten Weltkrieges. Das kommt zum Wettrüsten, zum Aufrüsten, natürlich auch im Deutschen Kaiserreich. Das Heer wird auf 136.000 Mann aufgestockt. Aber auch wenn Reichskanzler Hollweg bemüht war, dass es zu keiner kriegerlichen Auseinandersetzung kommt, wissen wir ja alle, dass 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht und damit dieses Wettrüsten eben letztendlich tatsächlich zu einem großen europäischen und globalen Konflikt geführt hat. Nur als kleiner Ausblick, am 4. August 1914 kommt es dann zum Burgfrieden, also kurz nach Kriegsbeginn. Und zwar ging es eben um die Gewährung von Kriegskrediten. Alle Parteien stimmen zu. Es gibt nur zwei Enthaltungen. Auch die SPD stimmt zu, weil eben die Regierung und der Kaiser es momentan so darstellen können, als sei Russland der Aggressor und das Deutsche Kaiserreich befinde sich eigentlich in einem Defensivkrieg. Deswegen gibt es auch erst einmal eine Zeit lang keine Neuwahlen und die Presse erlegt sich eine Selbstzensur auf. Allerdings, im Laufe des Krieges kommt es dann zur Abspaltung innerhalb der SPD und es gründet sich die USPD 1916, die eben diesen Krieg verurteilt. Und eben USPD und dann der Rest, die MSPD, sollten dann eben nach dem Kriegsende beziehungsweise am Ende des Krieges noch eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, eben die Weimarer Republik zu gründen. Allerdings, das sind schon alles Dinge, die gar nicht mehr das Deutsche Kaiserreich bis 1914 betreffen. Wer sich aber für die Entstehung der Weimarer Republik interessiert, für die Novemberrevolution und alles, was damit zusammenhängt, für den habe ich die entsprechenden Links unten in die Beschreibung beigefügt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.